Da bleibe ich doch lieber bei meinem Hobby, beim Dichten. Und immer wenn ein Dichter so ganz unerwarteter Weise gebeten wird, etwas zum Allerbesten zu geben, so möge er es sich fassen, aber kurz. Also fasse ich mich auch kurz. Zuhören, zwei Vierzeiler. Ganz neu, ganz warm noch. Ich fange vorne an. Zellen. Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet's auch bei Strollchen in einer solchen. Das nächste ist auch nicht länger. Zähne. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen.